Hallo, hier bin ich wieder, euer Kochstar Kingside mit Herz und Seele. Bereitet euch wieder euer Game Over vor. Heute im Video, Alfredo Pasta. Pasta geht immer. Pasta, Alfredo, boah, da hätte ich jetzt wirklich richtig heiß Hunger. Erfolgeret, immer zwischendurch etwas trinken und Hände was nicht vergessen. Füllt einen Topf mit heißem Wasser auf. Den Schalter von einem Herd um. Gebt euren Topf auf die Herdplatte. Dann brauchen wir eine Prise von unserem Salz. Legt den Schalter von eurem Herd um. Macht eure Fanny auf die Herdplatte. Gebt etwas von eurer Butter hinzu. Gebt ihr etwas von eurer Sahne hinzu. Machen wir unsere Pasta-Nudeln ins heiße Wasser. Da hakt ihr noch Petersilie. Dann geben wir unsere Nudeln in die Pfanne. Unseren Parmesan rein. Wir brauchen eine Prise Salz, Pfeffer, Papuicano. Dann gebe ich etwas von meiner Petersilie hinzu. Meistet euch das Rezept auf dem Tischvloch. Einfach, frisch, schnell und lecker und Mahlzeit, meine Lieben. Ich wünsche euch einen angenehmen Dienstag, euer Hobbykoch. Also diese Pasta, sehr lecker. Kann ich euch empfehlen, Leute. Kann ich euch sehr empfehlen.